Alles, was ein Ibadah ist und man widmet das jemand anderen außer Allah, so ist das Schirk. Wenn du betest für jemand anderen außer Allah, ist das Schirk. Wenn du fastest für jemand anderen außer Allah, ist das Schirk. Wenn du Koran liest für jemand anderen außer Allah, ist das Schirk. Wenn du Sadaqa gibst für jemand anderen außer Allah, alles, was Ibadah ist und du widmest das jemand anderen, so ist das Schirk. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über sich, dass er der Einzige ist, der anbetungswürdig ist. Das musst du wissen und verinnerlichen und danach leben. Weil, wenn du das nicht verstehst, dann hast du gar nicht verstanden, was der Islam ist. Und daher sagt Allah azza wa jall subhanahu wa man adolla mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyama wa hum an du'aihim rofilun. Allah azza wa jall sagt, und wer ist abgeirrter, höre, wenn du zu den Leuten gehörst, die deinem Jamil Tarbil folgen, schau mal, was Allah azza wa jall sagt. Und wer ist abgeirrter als einer, der statt Allah jene anruft, irgendjemand, irgendjemand bittet, die ihn bis zum Tage der Auferstehung nicht hören werden und die von seiner Bitte ahnungslos sind. Was nützt dir das?